Christian III. von Pfalz Zweibrücken war Pfalzgraf von Birkenfeld, Bischweiler und Rappoldstein und ab 1731, nachdem mit dem Tod seines Vätters Gustav Samuel Leopold die in Pfalz Zweibrücken regierende Linie Kleburg ausstab, Herzog von Zweibrücken, Leben, Christian war der älteste Sohn des Pfalzgrafen und Herzogs Christian II., von Zweibrücken Birkenfeld aus dessen Ehe mit Katharina Agathe, Tochter des Grafen Johann Jakob von Rappoldstein. Er begann seine Karriere im französischen Militär und übernahm ein 1697 Dekasekunden elsässische Regiment. 1702 wurde er zum Marschall des Camps und 1704 zum Generalleutnant befördert. Militärisch konnte er sich in der Schlacht bei Odenade auszeichnen. Nach dem Tod seines Vaters 1717 verließ er die Armee. In einem am 24. Dezember 1733 in Mannheim geschlossenen Vergleich mit Kurfürst Karl Philipp von der Pfalz erhielt Christian das Fürstentum. Zweibrücken Sein Grab befindet sich in der Alexanderskirche in Zweibrücken. Ehe und Nachkommen Christian III. Heiratete am 21. September 1719 auf Schloss Lorenzen Karoline, Tochter des Grafen Ludwig Kraft von Nassau-Sarbrücken, mit der er folgende Kinder hatte, Caroline Henriette Christine, genannt die große Landgriffin. Lämniskarte 1741 Lämniskarte 1741 Landgraf Ludwig IX. Von Hessen Darmstadt Christian IV. Pfalzgraf und Herzog von Zweibrücken. Lämniskarte 1751 Marianne Kamasse, Gräfin von Vorbach, Friedrich Michael, Pfalzgraf und Herzog von Zweibrücken, Birkenfeld, Graf von Rappolstein. Lämniskarte 1746 Prinzessin Maria Franziska von Pfalz-Sulzbach Christiane Henriette Lämniskarte 1746 Lämniskarte USA Da 1648 Michael Magas vonaltinead ces Besuch 아� encontrar persistence Motor Joy divert nh